willkommen zum mindcast deinem virtuellen wohnzimmer wo bin ich denn hier gelandet ich meine schön ist es hier ja aber nicht so schön wie in winden hallo bist du denn wir versuchen hier gerade den mindcast aufzunehmen ja ja mindcast schön und gut aber wir werden auch einen podcast zusammen aufnehmen scheinbar erst in deiner zukunft gehe einfach auf sigmundus-podcast.de und folge den spuren spuren was für spuren du ich muss jetzt aber auch los aber vergiss nicht wenn vögel fallen und kinder verschwinden dann ist klar wir sind in winden willkommen zum mindcast deinem virtuellen wohnzimmer für alles rund um spiele filme und serien sowie alles was dein nerdherz höher schlagen lässt und hier sind deine gastgeber markus und christian lade mindcast episode 156 laden fehlgeschlagen biete ersatzprogramm hallo hier sind wir hi tach nerds tach christian tach an alle die uns hören über spotify itunes und andere kanäle da musste ich tiefluft holen denn jetzt wird es ernst wir sprechen heute weiterhin im themen 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 monat wo das entspannung durch medien entspannung mit medien heute über die etwas anstrengende seite von medien genau wir reden über zu viel pornhub wir sprechen über den mindcast nein wir sprechen zu viel pornhub wie würde barney jetzt sagen bitte na gut ihr könnt euch uns ja mal eure lieblings kategorie auf eben genannter seite zukommen lassen auf pornhub nicht per jaja also nicht per links sondern ach egal also wir möchten heute mit euch sprechen über die anstrengende seite von medien denn so komisch es klingt führen medien natürlich auch nicht immer zu entspannung oder vielleicht auch zu der entspannung die man sich von den medien erhofft hätte und darum soll es heute so ein bisschen gehen ich muss tatsächlich sagen in grandioser stundenlanger recherche zu diesem thema in meinem eigenen gehirn ich wollte schon sagen also geschrieben hast du wahrscheinlich nix doch ich habe ein paar stichpunkte tatsächlich gemacht als ob du und vorbereitung ich werde sie dir jetzt mein gott einfach alle vorlesen und er hat es wirklich getan er hat es wirklich er hat sich vorbereitet ich muss abbrechen ich muss abbrechen das geht nicht damit kommt dann nicht klar nee absolut nicht nein also das deswegen was mir zum allerersten so bewusst geworden ist als ich über das thema nachgedacht habe was ist denn die anstrengende seite von medien das war für mich eigentlich total klar als erstes kam mir in den sinn so diese übersättigung in allen bereichen ist auch das erste was mir in den kopf geschossen kam so also nicht nur dass es einfach genug eigentlich als auswahl gibt was man jetzt positiv sehen kann sage ich gleich noch was zu sondern eher so auch wenn ich jetzt eine typische feierabend situation denke davon habe ich im minecast ja auch schon ab und zu mal erzählt dass ich dann ab und zu auch mal so ein bisschen gaming müde bin zum beispiel und dann da das echt so mein haupt entertainment faktor ist im feierabend bereich dann oft so ich da stehe ja nun aber was generell medien angeht also sei es jetzt auch bücher musik oder was auch immer jetzt in diesem bereich reinfallen mag geht es mir oft so dass ich da relativ gut aufgestellt bin mit den dingen die ich gerne mag sei es jetzt gaming musik oder irgendwas anderes und ich fühle mich oft als stehe ich vor der qual der wahl filme gucken mit mir kann auch sehr anstrengend sein weil die auswahl des films entweder instant entschieden ist oder furchtbar und unsäglich lange dauert es gibt bei dir zwei möglichkeiten okay also ich kenne in der regel nur ersteres ja weil wir aber oft dann so sagen hey kennst du schon den film geil komm gucken war ja das stimmt und dann ist schnell was gefunden wenn ich aber zum beispiel mit meiner frauen film gucke dann habe ich da auch immer total spaß dran mit ihr filme zu gucken die sie noch nicht kennt die ich aber also ich gucke also ich habe in der regel oft die meisten filme schon irgendwann irgendwie geguckt weil ich einfach viel mehr zeit habe filme zu gucken als meine frau weil sie eben länger arbeitet und so weiter und ich dann eben auch beim zocken ganz viel nebenbei schaue und so weiter und da ist es oft so dass ich dann sortiere sortieren ah das könnte das könnte das könnte dann hat sie sie keinen bock auf einen teil der filme dann suche ich wieder andere raus oder oder sie macht vorschläge wo ich dann aber gar keinen bock drauf habe oder so das war das was ich jetzt gerade mal fragen wollte weil prinzipiell habe ich das gefühl dass du so derjenige der initiator bist der die filme aussucht ne und da wollte ich jetzt einfach mal gefragt haben hast du auch schon filme die angeguckt die deine frau sehen möchte und ja du keinen bock hättest ja das schon aber grundsätzlich geht es ja dann oft eher so um die gemeinsame experience bock drauf zu haben und ja die filme auf die ich wirklich keine lust habe das ist so schnulzende film und so da habe ich jetzt einfach nicht so viel spaß dran meine lebenszeit dran zu lassen irgendwie die kann sie auch gerne alleine gucken so und filme die wir also zum glück haben wir einen film geschmack der sich in vielen bereichen sehr überschneidet von daher findet sich da schon was aber okay das macht es natürlich ein bisschen einfacher ja ich ich filtre dann halt oft aber und dann bleibt wenig über und dann bleiben noch drei filme oder so über auf davon hat es dann zwei keinen bock und beim dritten denke ich wo man eigentlich sagen müsste geil dann ist noch einer über ist super da denke ich mir ah nee den habe ich erst gesehen so und dann dreht sich das halt im kreis und irgendwann sagen wir ja komm mach mal Netflix an how i met your mother oder so lassen zwei folgen durchlaufen essen dabei was unterhalten uns dabei und gucken eigentlich gar nicht also ist manchmal schwierig aber zurück zum eigentlichen thema diese qual der wahl macht es mir oft schwierig und das macht es ja nicht nicht wirklich anstrengend in dem sinne dass ich da jetzt körperliche schmerzen durch erfahre weil ich zu viel auswahl habe oft aber ja ist es macht den weg zur entspannung in der regel einfach ein bisschen länger und gerade wenn der feierabend zum beispiel nur sehr kurz ist also so geht es mir zum beispiel in den frühdienst wochen da habe ich früh frei habe also eigentlich einen längeren abend gehe aber auch verhältnismäßig früh ins bett so und dann das abendprogramm so um die primetime herum oft sehr kurz wenn du da noch eine halbe stunde brauchst um dich auf den film zu einigen dann hat sich das halt einfach erledigt so deswegen für mich ganz klar so auf platz eins für mich so im kopf die qual der wahl ist für mich eine sehr anstrengende sache das ist bei büchern aber genauso wenn ich zum beispiel auf meinen nachttisch gucken würde jetzt liegen da im moment drei bücher wovon ich eins ganz neu habe ja eins ist immer noch vom vom moritz die asche brut die habe ich tatsächlich noch nicht ganz fertig gelesen da fehlt mir noch ein kleines stückchen habe ich im moment aber auch gerade nicht so die motivation weiterzulesen also nicht weil mir das buch nicht gefällt sondern weiß nicht weil weil ich andere bücher einfach dann interessanter finde im moment gerade oder oder spannender zum beispiel dieses ellis buch von dem ich neulich erzählt habe stimmt stimmt und das ist mir oft vom text her manchmal aber abends einfach zu anstrengend wenn man kopf schon so zu ist vom tag ja und dann überlege ich halt ja was könnte ich noch lesen dieses oder jenes und dann drehe ich mich wieder im kreis und dann denke ich mir ja gut komm ich drehe mich um lasse noch eine folge irgendwie hörspiel laufen und dann schlafe ich dabei ein so weiß es und das habe ich halt ganz oft deswegen qual der wahl für mich ganz oben wie sieht das bei dir aus du hast gesagt das ist ähnlich ja genau bei mir sieht das genauso aus ich bin manchmal einfach überfordert mit der fülle an verschiedenen anbietern die es da so gibt ist ja nicht so dass wir in der zeit leben wo wir ich sag mal nur netflix und nur disney haben sondern wir haben netflix wir haben disney wir haben amazon prime in amazon prime haben wir dann noch was weiß ich paramount plus was man sich noch dazu buchten diverse channels bbc crunchyroll gibt es da für mich als anime-fan das ist einfach irgendwo ja ich gefühlt würde ich gerne einen account überall haben allerdings ist das natürlich viel zu teuer die wollen sich ja selbst alle so etablieren dass sie der marktführer sind beziehungsweise jeweils den größeren anteil vom kuchen haben genau und dementsprechend also ich meine glaube ich auch lizenz und rechte technisch würde das zu purem chaos führen wenn die sich irgendwie unter einem dachverband oder so vereinigen würden aber das wollen die glaube ich im kern auch nicht ja und ich habe heute jetzt zum zeitpunkt aufnahme habe ich heute tatsächlich mal einen freien tag gehabt und habe ihn auch ein bisschen für serien geil man genau finde ich auch geil danke karneval was hast du geschaut ich habe legend of vox machina zu ende geschaut habe ich jetzt endlich mal ich hatte ja die die erste folge irgendwann mal angeschaut und fand es irgendwie ganz nett bin aber wieder von abgekommen aber das gucke ich jetzt teilweise auch abends mal so ein bisschen vorm einschlafen noch mal so ein zwei folgen ja da bin ich jetzt gerade so gegen ende der ersten staffel angekommen okay gefällt mir auch sehr gut muss ich sagen ja ich muss auch sagen das ende der zweiten staffel nimmt noch mal richtig an fahrt auf also es ist halt schön wenn du die gaming momente also sehr 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 viele momente sind halt aus den spiel sessions tatsächlich ja von critical role und wenn du dann weißt wo das herkommt oder welche szenen das sind ist das halt noch mal richtig geil ja ja cool critical role habe ich jetzt so nicht geschaut deswegen aber legend of vox machina mega geil so worauf ich hinaus wollte ist scanlen oh man da gab es eine szene heute die wird dir richtig gefallen auf jeden fall worauf ich hinaus wollte da habe ich ein bisschen bei amazon noch bei prime bisschen durch gesappt und bin eben auf dieses paramount plus gestoßen ja konntest du widerstehen ja ich konnte noch widerstehen ich habe noch nicht diese eine woche kostenlos also diese kostenlose test woche ausprobiert weil ich erst mal geguckt habe was ist da überhaupt verfügbar und da stellte mich dann wo wir dann so bei dem thema überfluss sind ja wieder so vor der vor die herausforderung ich habe gesehen star trek strange new worlds kann ich definitiv empfehlen und star trek discovery staffel 4 ich meine ich weiß es hat keine so guten rezensionen gekriegt star trek discovery aber ich habe es angefangen damit ich es auch zu ende ja ich fand es auch okay also für mich müsste halt einfach nicht star trek draufstehen so so als serie gesehen finde ich es okay ist unterhaltsam ist in ordnung genau für mich ist es halt weniger star trek feeling ich mag dieses episodische von strange new worlds viel viel mehr kann ich übrigens schon mal sagen wenn es um strange new worlds geht kannst du damit zumindest gerne noch ein bisschen warten ich werde mir auf jeden fall den disk release von von der ersten staffel holen bei denen gibt es dann wohl auch auf uhd 4k und das ist natürlich du kennst ja also wir haben ja schon mal ein zwei folgen geschaut von der serie damals auf englisch noch das ist optisch schon sehr schön da freue ich mich sehr darauf die werde ich mir auf jeden fall zulegen okay alles klar dann versuche ich mich noch ein bisschen im zauben zu halten auf jeden fall worauf ich dann hinaus wollte habe ich so ein bisschen mal im kopf gerechnet alles klar strange new worlds 10 folgen discovery 14 folgen was ist das in zeit wie dann komme ich damit hin das sind insgesamt 24 stunden circa wenn wir jetzt davon ausgehen dass jede folge eine stunde geht also ist quasi ein urlaubstag ich verstehe dein problem nicht und das dann halt auf diese sieben tage kostenlos weil da muss ich schon halt wenn ich das nach der arbeit schauen will quasi sofort anschmeißen musst du schon mal zwei drei folgen auf jeden fall gucken richtig ne und dann weiß ich nicht ob ich da wirklich so dieses entspannungsgefühl dann kriege weil das hat dann heißt es ich muss das irgendwie durch binchen das ist so dieses ja moment du musst das so durch binchen wenn du das gratis im test zeitraum gucken willst genau das ist noch ein wichtiger faktor da kann jetzt aber das angebot ja nichts für nein da kann das angebot tatsächlich nichts für das ist dann so meine es ist der schwabe in dir genau der schwober der gar nicht in dir ist nee 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 zum glück nicht also sitzen kann ich noch nee auf jeden fall aber du bist beim reinkommen schon ein bisschen gehumpelt meine ich ja das waren aber meine oberschenkel war der schwabe gestern in dir nein nein ich sagte oberschenkel muskeln na ja auf jeden fall und der schwabe so im hintergrund lenke ich dich vielleicht ein bisschen ab gerade minimal minimal gut auch wieder breit wenn ich da gerade sitzen das ist ein bisschen komisch nein auf jeden fall ich lasse ich lasse einen tiefen blick in meine seele zu ja aber ganz tief podcast der grundsätzlich ohne hose richtig und das ist auch eine richtige anstrengung manchmal bitte wieder zurück aufs thema kommen schöne grüße an alle die uns per kopfhörer hören an dieser stelle auf jeden fall so zurück zum thema wie gesagt es ist einfach dieses riesen angebot wie ich schon sagte da ist so einiges was ich sehen wollen würde aber da fehlt mir einfach die zeit für und dann würde ich auch nicht richtig entspannen können weil ich dann so ich will das jetzt durchziehen ich will jetzt jetzt durchziehen ich will und dann wiederum ja möchte ich dann auch gerne mal zwischendurch zocken und ja das kann manchmal ein bisschen anstrengend sein ich überlege einfach das mittlerweile so zu machen ob ich irgendwie feste tage einrichte so an denen zocke ich und bam an den gucke ich serienfilme gezielte entspannung per terminkalender das wird wahrscheinlich ganz toll ist bestimmt richtig geil ja wird bestimmt richtig super ich mache nicht worauf ich bock habe sondern was der tag mir sagt was im kalender steht ja so scheldorianischer kalender also ich habe das teilweise auch dass das leitet schon mal ganz gut zu meinem zweiten punkt eigentlich über den ich mir notiert habe für mich ist es ähnlich wie du es gerade beschrieben hast ich glaube das geht gedanklich bei dir zumindest auch in eine ähnliche richtung man möchte dinge schon sehen kriegt das aber irgendwie nicht alles unter ein hut und bei mir hat das also im gaming bereich merke ich das oft bei mir hat das schon so einen touch von dem good old fomo fear of missing out also die angst etwas zu verpassen nicht weil ich jetzt das gefühl habe mich profilieren zu müssen ich habe das gespielt ich habe das gespielt und ja ja klar habe ich kenne ich oder so das ist es gar nicht mal so aber sondern weil ich einfach lust habe diese spiele zu erleben so und ich bin ja ein sogenannter vielspieler und bei mir bleiben oft viele spiele auf der strecke bevor ich sie durchspiele weil dann einfach was neues kommt was spannender ist oder was mich mehr reizt oder wenn spiele es nicht schaffen mich so dran zu fesseln dass ich die wirklich mehr oder weniger am stück durchspiele also jetzt nicht am stück in einer session sondern so ohne halt was anderes dazwischen zu spielen dann wird es oft schwer ja deswegen haben es open world spiele die sehr sehr lange dauern können unter umständen auch sehr schwer bei mir weil ich dann entweder mich hauptsächlich auf die haupt story konzentriere und natürlich ganz viel von diesem open world links und rechts liegen lasse aber ein open world spiel wirst du bei mir niemals auf 100 prozent sehen also niemals so allein weil ich gar keinen bock habe die ganzen letzten rillen nach irgendwas noch abzusuchen oder so aber da also da merke ich das bei mir schon dass ich öfters mal eigentlich auch sagen könnte ich warte jetzt einfach noch also ich habe jetzt zuletzt gemerkt hogwarts legacy habe ich mir auf dem pc geholt weil der martin sehr dafür geschwärmt hat fand er eigentlich ganz nett und so weiter und ich mag diese diese welt ja auch und ja ich habe es mir jetzt doch geholt wir hatten mal gesprochen also irgend ich hatte ja anfangs gesagt ich werde es mir irgendwann holen in der hype folge ja jetzt habe ich mir doch relativ zeitnah zum release tatsächlich gekauft ah ok bin auf dem pc super enttäuscht von der performance es läuft irgendwie die allerletzte grütze ich muss details und so weiter runterstellen ohne ende das ist meine hardware müsste es eigentlich packen so und das ärgert mich einfach also es ist wirklich ganz 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 schlecht von der performance her bei mir nicht bei allen leuten die es spielen aber bei sehr sehr vielen tatsächlich ich habe aber so lust auf das spiel und das kommt jetzt genau in diese kerbe rein dass es sehr sehr anstrengend für mich war das auszuhalten das nicht vernünftig spielen zu können und ich habe es mir jetzt für die playstation nochmal geholt oh wie krass so komplett unnötig war eigentlich auch nicht teil meines budgetplans für das erste vierteljahr eigentlich so ich wollte gerade sagen 60 euro in die grütze genau also pc da denke ich mir noch vielleicht gibt es irgendwann nochmal coole mods so irgendwie das war eigentlich auch der grund warum ich es für den pc gekauft hatte aber es war so enttäuschend und ich hatte aber ich habe beim spielen schon gemerkt das ist was das mir spaß machen würde weil ich mag es diese welt zu erkunden und ich mag diese liebe zum detail und so weiter und wir sparen uns an dieser stelle jetzt einfach mal diese diskussion über jk rowling und so weiter jeder wie er mag von mir aus flämt mich dafür könnt ihr gerne machen interessiert mich nicht und da habe ich das halt so gemerkt dass das eigentlich so ein kauf war der überhaupt nicht hätte sein müssen aber es hat mich so gestört dass ich das was ich spielen wollte und das war wirklich richtig schön zum zum feierabend so die ersten ein zwei abende wo ich es mal angezockt habe wirklich da so ein bisschen durch das schloss zu laufen zu erkunden und so weiter sich die dialoge anzuhören und so war das war wirklich entspannend und hat mich genervt dass es einfach nervig von der performance war und dann ja also wie gesagt komplett unnötig kennst du das bei dir auch so ähnlich also dass das du oder habe ich deine aussage da gerade falsch falsch gedeutet du hast die aussage eigentlich recht gut getroffen bei mir ist es zum beispiel so dass ich mittlerweile open world spiele zurzeit zurzeit ich gränze das jetzt mal ein versuche zu vermeiden einfach weil ich weiß dass diese unheimlich zeitraubend sein können und deswegen versuche ich die möglich zu vermeiden ich habe seit wochen zum beispiel horizon forbidden west bei mir liegen und habe es noch keine einzige minute angespielt weil ich weiß das ding ist ein brecher was die open world angeht aber wären deine freien tage da jetzt nicht total prädestiniert für gewesen oder sind sie es nicht noch da habe ich habe jetzt gerade noch ein anderes spiel laufen und zwar got of war ragnarök das will ich jetzt erst mal endlich weiter zocken ja gut okay das kann ich verstehen habe ich auch noch unten ausgeliehen von meinem lieben kollegen dem patrick aber ich habe tatsächlich mehr als das intro auch noch nicht gespielt dieser incoming achtung scheiß auf muten ihr müsst mitleihen der hat sich aber so ein bisschen angekündigt also dein gesicht sah ein bisschen nach schlaganfall aus ja ja das ist richtig das ist richtig ich hatte schon wieder ein bisschen sorge also bei mir ist es bei diesem fomo so als grobe überschrift dafür auf jeden fall auch so dass also dass ich dadurch diese entspannung manchmal zu so einer art anspannung einfach wandeln kann ja genau was dann natürlich so ein bisschen dass das konzept ich nutze das um mich zu entspannen hat absurdum führt aber wie gesagt gerade bei büchern und games ist es bei mir so dass das das dann tatsächlich auch dazu führt dass so ein bisschen sich ein pile of shame ansammelt also ich habe noch ein paar bücher im lesezimmer stehen die ich gerne lesen würde ich habe zum beispiel eine so eine so eine krimi thriller reihe wo ich ich glaube zwei von drei büchern gelesen habe entweder zwei von drei oder drei von fünf ich weiß gerade nicht jedenfalls so knapp über die hälfte habe ich und ich kriege es einfach nicht auf die kette das letzte buch zu lesen okay sobald immer irgendwas dazwischen kommt oder dann habe ich mal wieder keinen bock zu lesen und dann oder dann hole ich mir raus irgendwie nee und das macht mich wahnsinnig und das wäre halt auch was was ich eigentlich nicht bräuchte irgendwie es wäre doch ganz einfach das buch greifen das buch greifen aufschlagen lesen so und sobald ich einmal drin bin weiß ich auch dass ich das lesen würde aber wenn ich dann auch nicht jeden abend lese dann liegst wieder zwei drei tage und dann deswegen bin ich froh dass ich nicht lesen kann das nicht aber dass ich mehr zu comics mangas und so weiter greife und nicht zu in anführungsstrichen klassischen büchern in dem sinne dieses fass will ich gar nicht aufmachen ich habe super viel respekt davor leute vor leuten die so ein buch in was weiß ich ein zwei tagen durchfressen können ich schaffe es nicht mich so 100 prozent auf so ein buch einlassen zu können beziehungsweise es gab nur weniger reihen wo ich wirklich dann die ganzen sachen richtig verschlungen habe das muss einen halt auch wirklich fesseln und dass das ist das ist oft das problem bei mir dass ich wenn ich ein buch lese bin ich halt an diesem buch fest verankert sage ich mal und ich bin halt wirklich jemand zum feierabend habe ich halt gerne auf dem linken monitor eine serie laufen und rechts zocke ich was oder quatsche mit zwei drei leuten im discord und zocke was oder ja ich kenne die leute genau gerüchte besagen du kennst sie teilweise ja genau vielleicht bist du einer von ihnen aber was ich damit sagen will ist dass das funktioniert hat mit dem buch nicht gut ich kann mich nicht mit dem buch von pc setzen und nebenbei mit leuten im discord quatschen das das geht nicht nee 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 so ich kann ich kann auch mit leuten im discord quatschen nebenbei eine serie gucken und zocken kein problem so aber buch ist immer so dieses ein ding und da ist mir manchmal dass also das mag jetzt komisch klingen gerade wenn man von entspannung spricht aber jeder entspannt ja auch irgendwie anders das ist mir dann manchmal einfach ein bisschen verschenkte zeit gerade an kurzen feierabenden oder so dann versuche ich schon mehrere sachen irgendwie parallel hinzukriegen nicht auf krampf oder so also das ist jetzt keine arbeit für mich in dem sinne aber wenn ich dann nur da sitze und einfach nur zwei stunden vor meinem kurzen abend oder so ein buch lese dann kommt mir das immer ein bisschen wie verschwendete zeit vor selbst wenn mir das buch gefällt und das ärgert mich irgendwie also quasi das buch potenziert dein fomo ja irgendwie schon also nicht weil ich angst habe oh jetzt verpasse ich den heißen scheiß auf discord server oder so oder oder irgendwie so aber es ist so ich denke mir dann was ich jetzt machen könnte ich könnte schon nebenbei während ich jetzt eine stunde gelesen habe könnte ich zwei drei folgen serien geschaut haben und nebenbei noch ein geiles spiel zocken wie cool ist das denn ja und bleibe im discord auf dem laufenden und kann da mit leuten schnacken und da irgendwie noch späßchen machen und keine ahnung richtig und das ist so weird das ist eigentlich komplett dumm der gedanken also eigentlich schon aber das eine entspannt mich viel mehr als das andere ja wir werden ja noch in einer folge so ein bisschen darüber reden wie das wie das mit dem konsum früher und heute war in der nächsten folge nämlich genau der nächsten folge und und da da würde ich dann auch auf dieses konsum verhalten beziehungsweise wie man früher entspannt hat im gegensatz zu heute würde ich da auch noch mal so ein bisschen genauer drauf eingehen genau früher habe ich entspannt heute lasse ich mich entspannen da da muss erst mal drüber nachdenken ja da muss ich erst mal drüber nachdenken ja war zu tief ja ich bin sehr tief in mich gegangen ja war zu tief gründig ja ja jetzt bin tief und entspannt genau tief und entspannt ich finde tatsächlich dass und das merke ich immer wieder gerade bei mir wenn ich so viele breit gefächerte interessen habe in im medialen bereich das um zu diesem entspannungspunkt zu kommen für mich so ein persönlicher fokus wichtig ist also ich muss wissen also zum einen worauf habe ich gerade lust also was ist jetzt das was mich am ehesten entspannt in der in dem bereich aber dann muss ich das auch so ein bisschen verfolgen sage ich mal also wenn ich jetzt sage heute ist es ein buch was was ich jetzt gerade vom gefühl her für mich brauche dann sollte ich nicht den computer anmachen weil sobald ich den anmache ist das buch abgehakt ja da kenne ich also da kenne ich mich halt auch einfach zu gut dann kriegst du hier noch eine nachricht irgendwie im discord vielleicht oder ah hier heute zocken oder ja zack buch weg ciao so was dann auch entspannend sein kann aber es wäre dann wahrscheinlich anders als der abend verlaufen wäre rein entspannungstechnisch so und ich finde das sollte man sich auch wirklich diesen diesen fokus setzen wenn man da mehrgleisig fährt was die entspannung angeht und nicht sage ich mal mein typisches feierabend ding entspannungsart x ist oder entspannungs medium y weil es also ich glaube ansonsten kommt man da nicht weit und aber aber wie ist das für dich würdest du sagen wenn du jetzt zum beispiel was was wäre für dich entspannter sich auf eine sache zu fokussieren oder wie du schon sagtest was weiß ich serie und zocken also quasi mehrgleisig fahren das kommt das was denkst du was würde dich mehr entspannen das kommt total auf die tagesform an also das ist wirklich komplett unterschiedlich und da könnte ich auch keine reihenfolge oder priorität oder sonst irgendwas sagen es gibt auch tage die sind tatsächlich im moment eher selten wo ich auch gar nicht online bin abends das gibt es tatsächlich oder wo ich einfach nur ganz für mich alleine einfach serien folgen schaue nacheinander ja gibt es auch oder einfach nur für mich alleine mal ein bisschen zocke und so weiter aber ich genieße das also im moment tatsächlich sehr gerne abends im discord rum zu hängen und mit dir und ein paar anderen leuten da einfach ein bisschen rumzuschnacken im moment ist es ja auch oft so auch da wieder ein kleiner tipp kommt gerne auf unseren discord server ja sehr gerne link findet ihr auf mindcast-podcast.de auf dem pc seht ihr es rechts oben wo es in der mobilansicht angezeigt wird weiß ich gerade nicht aber ihr werdet es schon finden ihr seid kluge leute denn nerds sind die besseren menschen genau dann könnt ihr ein bisschen mit uns schnacken genau und was wir da ja im moment abends machen ist wenn leute was zocken irgendwie im moment sind das ja zum beispiel frida und ich dann also wir spielen ja im moment eldenring das streamen wir dann einfach immer abends so im discord ganz entspannt jetzt ohne großen live stream auf twitch und co sondern einfach schön im discord und dabei entstehen ja auch die ein oder anderen unterhaltungen dann abends immer und das ist für mich im moment tatsächlich wirklich meine go to entspannung ich finde das richtig gut ich mag das auch sehr gerne also ich war auch am anfang eher so ein bisschen ich weiß ja nicht und so aber mittlerweile genieße ich das auch unheimlich und für mich fällt das auch mittlerweile unter die kategorie mein täglich salz gibt mir heute ich mag das unheimlich gerade ja also das soll es halt auch sein ich hasse soul spawn spiele zu spielen aber ich gucke unheimlich gerne dabei zu ja aber das ist ja auch okay und um das thema fomo vielleicht so ein bisschen abzuschließen man sollte vielleicht auch einfach sagen gerade wenn es um den bereich entspannung geht sei es jetzt bei im medialen bereich oder ohne wenn es um den bereich entspannung geht ist es durchaus in ordnung dinge zu verpassen vielleicht jetzt nicht unbedingt die entspannung so das wäre dann nicht so gut für die entspannung aber es wäre schade es ist okay dann auch einfach mal einen abend offline zu sein es ist okay auch einfach mal vielleicht star trek strange new worlds nicht gesehen zu haben wenn ihr vielleicht eine andere serie gerade schaut und die euch happy macht abends ja oder wenn ihr dafür drei filme gucken könnt in der zeit oder einfach mal ein gutes buch lesen könnt oder so das ist völlig okay dafür andere sachen zu verpassen das ist halt leider nur so ein ding was wir in unsere köpfe reinkriegen müssen richtig und das ist halt so eine arbeit die jeder für sich selbst irgendwie hinkriegen muss oder sollte muss natürlich nicht das ist natürlich jedem selbst überlassen aber naja gibt es noch so einen bereich wenn wir jetzt von spielen serien film so ein bisschen weggucken wo medien für dich eine eher anstrengende seite im alltag darstellen ähm es kann tatsächlich für mich sein einfach die ganz normalen nachrichten ja das ist genau der punkt worauf ich hinaus wollte das wäre meine ergänzung jetzt gewesen tatsächlich genau das sehe ich nämlich ganz ganz genauso ne das ist äh in der heutigen zeit in der wir jetzt leben äh es sind die nachrichten ja voll von irgendwelchen ganz schlimmen dingen excuse me es ist 2023 ja ja ne äh äh corona ist jetzt vorbei offiziell ne ähm immerhin schon mal etwas ne hö hö ähm ja halt wie gesagt äh die täglichen nachrichten die voll mit irgendwelchen äh schlechten sachen sind ne ähm das ist finde ich super anstrengend ne ähm weil der anteil an äh ich sag mal schön guten nachrichten die man äh auch mal hervorheben könnte äh eher ja gering sind ja aber allerdings äh lassen sich mit äh schlimmen nachrichten natürlich äh mehr zuschauerzahlen generieren ne weißt du was das allerschlimmste ist finde ich wenn nachrichtenseiten ähm reißerische schlagzeilen machen oder zu also ich finde wirklich so essentiellen Themen wie zum Beispiel aktuelle Corona-Krise oder jetzt zuletzt war es jetzt äh hier diese ganze Energiegeschichte ja ey wie viele Artikel ich täglich angezeigt bekomme auf dem Handy in äh hier von wegen aktueller Strompreis heute hier Gaspreise sinken kommt es beim Kunden an oder nicht und was weiß ich nicht was ähm und wie viele dieser Artikel hinter einer Paywall sind das finde das finde ich so furchtbar also ich verstehe natürlich dass die irgendwie dass da alles äh finanzieren müssen so gar keine Frage so müssen wir nicht drüber sprechen das ist völlig in Ordnung gerade wo Printmedien immer mehr zurückgehen irgendwo muss die Kohle ja herkommen verstehe ich auch ähm dass viele durch Adblocker und so weiter die geschaltete Werbung nicht mehr wahrnehmen und dadurch dann andere Mittel wie zum Beispiel so eine komplette Paywall ähm also dass sowas dann irgendwie geschaffen werden muss naja sei jetzt mal dahingestellt aber dass es gemacht wird verstehe ich grundsätzlich ja was mich daran stört ist dass es bei so grundsätzlich uns alle betreffenden Artikel gemacht wird ja so das hat für mich nichts mit guter Nachrichtenkultur zu tun sondern mit ich ähm gebe nicht allen den Zugang zu diesen wichtigen Informationen das finde ich schwierig wenn das jetzt bei Klatsch und Tratsch gemacht wird oder bei bei anderen Sachen die einfach nicht so vollumfänglich von Belang sind sage ich mal hätte ich da vollstes Verständnis für dass da irgendwie bestimmte Sachen reduziert werden wenn man den Artikel zumindest in der kurzen Version die die knappe Zusammenfassung sage ich mal lesen könnte und den vollen ganzen Artikel bezahlen müsste oder so auch in Ordnung aber ganz oft hast du die Schlagzeile sobald du auf den Artikel gehst hier bitte bezahlen ja genau siehst du so die ersten zwei drei Sätze vielleicht noch aber das war es dann auch das führt halt bei mir dazu dass ich auf diese ganzen Nachrichtenartikel mittlerweile gar nicht mehr drauf klicke das ist ja also das keine Ahnung also die meisten und da würde man jetzt drüber lachen die meisten Nachrichten lerne ich mittlerweile über Memes okay also wenn du täglich der Memes anguckst weißt du halt immer eigentlich automatisch was ist passiert du siehst dann plötzlich irgendwelche irgendwelche Memes irgendein Thema checkst nicht recherchierst oder guckst in Kommentare oder so worum geht's da dann weißt du ach guck das ist passiert krass ja so und ich bin da tagesaktuell eigentlich auf dem Laufenden und das ist total skurril ja ist natürlich nicht die sinnvollste Art sich über das Weltgeschehen zu informieren aber bevor ich 50 Artikel anklicke von denen ich 49 bezahlen muss ja mag man jetzt drüber lachen aber so ist es ich bin da ein bisschen faul ich hab ein Echo Show bei mir im Schlafzimmer stehen sobald die sobald der Wecker geht sag ich hier Alexa sag mir Nachrichten oder schick mir die aktuellen Nachrichten und ja dann krieg ich hier Tagesschau und so aber aktuelle Nachrichten schränke ich das nicht auch auf das ein was jetzt da von denen als aktuelle Nachrichten definiert wird also ja natürlich also du möchtest ja manchmal auch Nachrichten zu einem bestimmten Thema so nee mir ist das eigentlich im Prinzip egal welches Thema ich wollte einfach erstmal ich will erstmal wissen was ist gerade los ja mich interessiert dann zum Beispiel wie sieht es aktuell mit den Verdi Streiks zum Beispiel aus so gibt es da Fortschritte oder irgendwie sowas genau ne und dann wenn ich aktuelle Nachrichten und da ist nichts drin wäre jetzt die erste Vermutung oh keine Nachrichten dazu schade gibt es aber mit Sicherheit so ne deswegen finde ich das ein bisschen schwierig aber ich verstehe was du meinst ich kann dir aber einen Tipp geben wenn du oder euch allen einen Tipp geben da bin ich vor kurzem tatsächlich erst drauf gestoßen es gibt eine Seite die auch genau das Problem nämlich erkannt hat dass es die Welt voll ist mit schlechten Nachrichten und zwar heißt die Seite goodnews.eu ich glaube das hast du mir auch schon mal erzählt ich glaube tatsächlich nicht aber ich kann es sehr empfehlen denn da die Nachrichten sehr negativ behaftet sind oft wie du schon gesagt hast weil es einfach mehr Klicks macht mehr Interesse weckt bei den Lesenden oder Hörenden je nachdem sind wir wieder bei der Wahl des Mediums richtig da gibt es täglich positive Nachrichten und tatsächlich auch aus aller Welt aus diversen Bereichen sei es jetzt ja ein heilender Wirkstoff gegen dieses und jenes entdeckt oder Fortschritte in der Forschung hier und da oder auch einfach mal so ein Feelgood News Artikel gibt es auch als App für iOS und Android zum Beispiel also kann auch mobil jederzeit genutzt werden kann ich nur empfehlen den habe ich mir seit ein paar Tagen installiert und ist einfach ganz nett okay also wenn man einfach mal positive Nachrichten möchte also genau also wenn man positive Nachrichten möchte einfach mal drauf schauen goodnews.eu kann ich nur empfehlen ja schön macht auf jeden Fall macht auf jeden Fall macht auf jeden Fall ein bisschen gute Laune zwischendurch wenn man Nachrichten haben will und man lernt tatsächlich auch mal so ein bisschen was anderes vom Weltgeschehen kennen ja also das ist also mir ist aufgefallen wie wenig man eigentlich über positive Dinge in den Nachrichten also in den Mainstream Nachrichten so mitbekommt weil eigentlich immer diese reißerischen Dinge vorne und groß stehen natürlich so und das hat natürlich noch einen ganz anderen Vorteil dass man sich auch news-technisch und informationstechnisch einfach mal so in andere ja Längen und Breiten gerade bewegt irgendwie finde ich schön sowas ja also sollte man auf jeden Fall machen weil ich sag mal so in den normalen Nachrichten wenn du jetzt eine Tagesschau anguckst oder so kannst du da natürlich nicht groß filtern dann wird ja das präsentiert was präsentiert werden soll und das kann man jetzt natürlich auch wieder sehr kritisch sehen oder wie auch immer aber ja hat natürlich nicht immer die positivsten Aspekte also ich möchte mal so Nachrichten sehen oder willkommen zur Tagesschau hey Krebsheilmittel entdeckt ganz toll nächste Nachricht hey die ist auch positiv super und das Wetter wird auch noch schön toll ja geil so das wird einfach nicht passieren das ist schwierig dafür sind die Menschen auch viel zu konfliktgesteuert eigentlich als dass es da mal einen Tag ohne Streit und Köpfe einschlagen geben würde ja wie ist denn das bei dir mit wenn du sagst zum Beispiel also gedacht in Richtung anstrengende Medien gibt es für dich Medien generell wo du sagst das ist für mich überhaupt nicht geeignet zur Entspannung also das das Medium per se ist für mich einfach anstrengend wow also Nachrichten vorgelesen per Laufband du kriegst nur vorgelesen während du läufst als Beispiel würde ich schon sagen habe ich keinen Bock dann verpasse ich lieber den Nachrichten ja tatsächlich also ich würde jetzt ich könnte jetzt ad hoc nicht sagen ob es irgendwas gibt was mich was so gar nicht bei mir funktionieren würde Sport sehe ich ja zum Beispiel jetzt nicht als Medium Sport ist ja eine Betätigung das entspannt mich nicht Sport ansehen ja Sport machen eher weniger ja aber so würde ich jetzt nicht sagen dass es irgendwas gibt was mich was ich so gar nicht könnte sagen wir es mal so die falsche Musik wenn wir jetzt mal so ich habe tatsächlich ein Ding wo ich mir denke da hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf ja und zwar Musik auf CDs hören okay ich wüsste jetzt spontan nicht wo sich im Haus ein Abspielgerät für CDs also gut ich könnte jetzt in die Playstation packen die Audio CD das würde gehen aber das ist jetzt natürlich auch nicht so ist kein klassischer CD also wir haben einen alten CD Player irgendwo unten im Keller ja so aber wenn ich jetzt hier so die geile Musik CD hätte würde ich halt eher YouTube oder Spotify oder sonst irgendwas aufmachen und den entsprechenden Interpreten dort hören als mir das Abspielgerät für die CD zu organisieren weil es einfach viel zu umständlich ist und überhaupt nicht mehr in Relation zu dem ganzen Ding steht stimmt allerdings also bei mir ist es meistens auch so dass ich CDs kaufe um auch die Bands zu unterstützen aber seltener um sie wirklich auch zu hören meistens hole ich mir dann so limitierte Edition die ich mir auch noch irgendwo schön hinstellen kann CDs sind bei mir irgendwie Deko also die letzten Alben auf CDs die ich mir gekauft habe waren dann über Amazon wo es dann auch direkt das MP3 Album dazu gab was ich dann primär nutze und die CD Version hat dann meine Frau fürs Auto so zum Beispiel Alligator zum Beispiel hatte ich mir mal ein Album gekauft das schwört jetzt irgendwo im Auto rum aber ich hab's halt als MP3 Album so interessant also es ist halt so die Mischform weißt du ich hab's halt digital so als Album kann das irgendwie weiter verwursten für mich aber ja ne tatsächlich selbst im Auto benutze ich alles immer nur digital ja ne und ich glaube da kommen wir auch irgendwie irgendwann nicht mehr so richtig drum rum aber ansonsten ich glaube auch so Nachrichten in der klassischen analogen Zeitung lesen das war noch nie mein Ding aber das hab ich auch nur auf der Arbeit gemacht früher ich fand Zeitungen immer furchtbar anstrengend weil die einfach so ein scheiß Format haben ja so eine Zeitung aufklappen und so ein riesen Lappen Papier vor dir ne das geht in die Arme ist fast wie Sport ne ekelhaft ekelhaft also schwitzen beim Nachrichten lesen geht ja mal gar nicht ne also keine Ahnung also das Format von Zeitungen hab ich auch nie verstanden warum muss das so riesengroß sein verstehe ich auch nicht warum also hä ja also bei Büchern würde keiner auf die Idee kommen so ein zweieinhalb Quadratmeter Kinderbuch zu machen irgendwie nicht ne ok na gut das wird jetzt vielleicht auch nicht täglich gedruckt aber also du weißt worauf ich hinaus will also das Format ergibt für mich keinen Sinn ja also es hat wahrscheinlich einen Sinn dass du es einfach so als Format gut als Zeitung so transportieren kannst dass das irgendwie von der Dicke her passt und blablabla also da wird schon Sinn hinterstecken aber so rein vom Konsumieren her finde ich das furchtbar anstrengend aufklappen und dann klappst du so diese riesen Seite um und dann verrutscht dieses ganze Innenleben und oh ne oh ja da kriege ich auch immer remis die Käse da bin ich echt filmschig wirklich also da bin ich so raus bei Zeitung lesen aber das entspannt mich wenn ich so wieder in den Originalzustand gefaltet kriege das geilste an das geilste an Zeitungen sind tatsächlich Kontaktanzeigen da könnte ich mich ömmeln bei achso ich dachte du liest deine eigenen Kontaktanzeigen da ne nicht ne die stecke ich die verstecke ich hinter einer Paywall damit sie niemand entdeckt ne das übrigens paywall steady.de slash mindcast wenn ihr auch mal Bock habt an einer Paywall teilzunehmen es gibt exklusive Inhalte Bonus Inhalte und andere tolle Dinge kleine Goodies für euch schaut gerne mal rein wenn ihr den mindcast unterstützen möchtet kluge Menschen tun das zum Beispiel Christian Christian macht das ja Christian ist sehr klug sei wie Christian unterstütze auch du den mindcast über steady aber es gibt noch eine andere Art wie ihr den mindcast unterstützen könnt und die erfahrt ihr jetzt hörst du den mindcast gerade über iTunes oder Podcast Addict dann schreibe gerne eine Rezension das gibt uns nicht nur wichtiges Feedback sondern sorgt auch dafür dass der mindcast mehr neuen Leuten vorgeschlagen wird den mindcast zu abonnieren schadet übrigens auch nicht denn so verpasst du keine Folge ja wie ihr hört gibt es viele kluge Möglichkeiten wie kluge intelligente sexy erfolgreiche dynamische Menschen wie du ja dieses Projekt unterstützen können ich bin klug ja ich habe jetzt eher mit dem oder der Zuhörerin Zuhörer Dingsbaum gesprochen ich bin klug aber gut kommt wir lassen ihn einfach in dem Glauben ja Christian ganz toll gemacht total super ich höre deinen Sarkasmus in der Stimme gar nicht das ist super das ist super ja 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 ihr Lieben ich würde sagen wir kommen langsam zum Ende in der vorletzten Folge des Themenmonats und ich möchte an dieser Stelle noch ein ganz ganz kurzes Fazit ziehen wie den Faden aus einer vernähten Wunde oder so ich fühle noch mit ein bisschen Schlons Blut und Fleischresten ja ehrlich schön krustig ja also ich finde also ich finde es gibt so klare Vorteile wenn man gezielt entspannt ich habe ja gesagt bei mir ist oft einfach dieser Fokus wichtig weil ich mich sonst in den Möglichkeiten verliere und dann am Ende gar nicht entspanne oder voll genervt bin wegen der Auswahl da man heutzutage ja wirklich und da werden wir in der nächsten Folge ja ein bisschen ausführlicher noch drüber sprechen quasi eine freie Themenwahl hat also du suchst dir im Prinzip das Medium deiner Wahl aus und mittlerweile bist du da ja thematisch überhaupt nicht mehr festgelegt sagen wir mal ganz früher gab es in Buchform in gedruckter als Printmedium sag ich mal gab es dann entweder Nachrichten oder Romane um das jetzt mal ganz überspitzt zu sagen Krimis vielleicht noch oder irgendwie sowas Kindergeschichten und so weiter und so fort mittlerweile gibt es als Printmedium so gut wie alles so Printmedium an sich so von klassischen Büchern jetzt mal abgesehen geht natürlich wieder ein bisschen zurück auf der einen Seite auf der anderen Seite gibt es im digitalen Bereich aber wieder viel 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 mehr und ich finde es unfassbar gut dass du dir da das rauspicken kannst was passt es kann super toll sein und Medien in ihrer Vielfalt und damit sind jetzt auch wieder nicht nur die digitalen Medien gemeint bieten einfach unfassbar viel Potenzial für Entspannung und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal hinzufügen man kann sich natürlich nicht nur mit Medien entspannen aber um genau diesen Bereich geht es natürlich gerade in diesem Themenmonat deswegen drehen wir uns natürlich auch in diesem Bereich ein bisschen hin und her man kann natürlich auch mal eine schöne Wanderung machen oder so oder auch einfach mal ein paar Stündchen auf dem Sofa liegen und nichts tun auch das kann entspannen aber wenn wir in diesem Bereich weiter gucken finde ich ist es einfach schön dass es da diese Vielfalt gibt aber wie wir jetzt heute gehört haben ich habe jetzt zum Beispiel selbst auch ein paar davon genannt kann es natürlich auch Nachteile mit sich bringen die dann unterm Strich zu weniger Erholung führen können das heißt gebt so ein bisschen auf euch acht wäre so mein Tipp nutzt vielleicht goodnews.eu um einfach ein bisschen einen positiven Vibe zu haben und ja findet euren Fokus und findet das was euch gut tut was euch Entspannung bringt dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen das ist ja geil man dann würde ich sagen lebt lang und in Frieden geeks and nerds Your favorite podcast ever The Mindstalker is on his way The Mindcast is here to save the day The Mindstalker is on his way Talking about things the Mindcast way The Mindstalker